Gott braucht Menschen für Abenteuer, die auch Schwierigkeiten wagen. Er will Herzen und voller Feuer seine Botschaft weiter tragen. So hat er Don Bosco berufen, für die Jugend sein Vater zu sein. Dass ein jeder spürt, Gott liebt mich und er lässt mich nicht allein. Don Bosco kommt wieder als Helfer und Freund, ist er mit der Jugend, der Welt stets vereint. Ihr könnt ihm begegnen, wo immer ihr geht, Don Bosco ist dort, wo man Jugend versteht. Don Bosco Und die Jugend im Hebel versteht, dann geht Gottes Botschaft weiter und wird niemals untergehen. Don Bosco kommt wieder als Helfer und Freund, ist er mit der Jugend, der Welt stets vereint. Ihr könnt ihm begegnen, wo immer ihr geht, Don Bosco ist dort, wo man Jugend versteht.